Wir sind hier auf der Boot & Fun InWater Messe in Werder mit unserem Messestand für Stand Up Paddle Boards, Trockenanzügen und weiterem Zubehör. Sehr viele Besucher, tolle Kundengespräche, einige Verkäufe, wir sind glücklich. Und dann, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.